Moin Leute, Brad is here. Heute spielen wir als Kano, also hier links, gegen Sub-Zero. Man sieht, der hat Skill. Ich mach auch paar, wow, paar schlechte Moves. Aber der will immer einen Slide machen. Der sieht man schon jetzt. Hm, der ist gar nicht schlecht. Der kann aber auch vorher sehen, was ich so mache. Oh, 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 das sieht gefährlich aus. Wow, geht doch nicht so ab. Das sieht nach einem Comeback aus, oder was? Alter, der blockiert einfach alles. Oh, ich darf hier nicht nachgeben. Wow, ich dachte schon, ich dachte schon. Wow. Heftig. Zweite Runde. Hm, nicht schlecht. Oh, nee, nee, das gebe ich dir nicht. Er wollte Crushing Blow, aber nee. So leicht bin ich nicht zu kriegen, bruh. Ah, verdammt. Dieser Slide. Eigentlich erwarte ich das schon, aber... Trotzdem. Trotzdem. Haha, Mann, ey. Trotzdem, irgendwie kommt das unerwartet für mich. Oh, oh, oh. Und... Ah. Spaß, Bremse, bist du. Sub. Oh, das ist jetzt gefährlich, Bro. Das ist so gefährlich. Ah. Nein. Und... Yo. Hey. Hey. Das war abgefahren. Der Russe hat gewonnen. Hahaha. 1-0, Leute. Hahaha. Prinne. Und... Vielen Dank.